einen wunderschönen guten tag meine lieben zuschauer und sehr herzlich willkommen zu einem erneuten video auf diesem kanal und ja heute geht es um die um die mobile videos ja und ja da kam ja lang nichts mehr deshalb haben auch viele leute deabonniert was ich auch halt verstehen kann und ja ich wollte die ganze zeit mit mobile games natürlich wieder anfangen jetzt ist natürlich der pc umstieg dazwischen gekommen ja deshalb ist das momentan nicht möglich ich kann nicht viel machen zu der zeit wo ich jetzt dieses video aufnehmen mache ich gerade das programm fertig womit ich aufnehmen das ist übrigens auch noch so ein thema webcam und die kompatibilität mit dem rechner auf jeden fall ich installiere jetzt gerade das programm wo auch heyday drauf läuft ja dann ich werde versuchen jeden dienstag und donnerstag eine folge heyday rauszuhauen das wird ja wohl denke ich mal funktionieren also diesen donnerstag jetzt natürlich nicht sondern ab nächsten dienstag und donnerstag ist klar und ja dann wollen wir doch mal schauen wie das ganze denn überhaupt so abläuft ich werde heyday auch wieder ab und zu streamen das wird jetzt nicht mehr so oft vorkommen wenn dann werde ich das ein zwei videos davor ankündigen mit datum und so und ja das war so ein kleines info video an die leute die halt heyday schauen ja dass da definitiv jetzt wieder so langsam heyday rein kommt auf den kanal ja weil wie lang ist jetzt ruhe ein zwei monate schon bestimmt ja und ja ich will nicht wissen wie der clan aussieht ich habe wahrscheinlich sehr viele member verloren die leute die noch im clan sind ihr könnt mir ja gerne mal schreiben oder unterstützung leisten was das angeht oder vielleicht meine community den anderen clan da schließen wäre schon cool ja ja und auf jeden fall ihr wisst jetzt bescheid ja schreiben wenn ihr fragen habt schreibt mir die in die kommentare ich werde die direkt alle beantworten ja das ist maximal eine halbe stunde wo ich dann inaktiv bin aber ich werde auf jedes kommentar antworten das wisst ihr ja und ja ich bin gespannt ich wage mich jetzt auf ganz dünnes eis indem ich sage ab dienstag gibt es wieder heyday videos weil zu dem moment wo ich das jetzt hier mache habe ich es nicht ausprobiert ob das überhaupt läuft ja weil ich so viel vertrauen in dem rechner hat funktioniert das schon ja auf jeden fall ich bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten video wieder dank zuschauen ich bin raus